hallo und herzlich willkommen mein name ist marco lovic und im heutigen video gibt es leider ein etwas ernsteres thema wie das system in deutschland versucht dich absichtlich unten zu halten und dich von dem erfolg als unternehmer fernzuhalten wenn du also nichts verpassen willst dann bleibt es zum ende dieses videos dran und wollen wir wie immer nicht lange drum umgehen und fangen gleich mit dem eigentlichen thema des videos an los geht's wie so oft habe ich eine photoshop datei gestellt um das ganze etwas visuell zu unterstützen damit das ganze nicht so langweilig ist wir fangen also einfach mal mit dem ersten punkt an und der erste punkt ist schule schule ist ein sehr sehr großes problem klar hat schule auch vorteile vermittelt gewisse werte wie zum beispiel erdkunde grundkenntnisse von mathematik und sprache wie deutsch und englisch das ist natürlich sehr sehr wichtig dass man das alles in jungen altern schon lernt man sollte natürlich schon wissen wo afrika liegt wo asien liegt wie man grundsätzlich ein bisschen englisch spricht um sich international verständigen können und eins plus eins sollte man auch rechnen können das ist klar aber an sich gibt es grundlegende probleme in dem ganzen system der schule es geht in diesem video nicht nur um schule es kommen gleich noch andere themen dazu allerdings ist schule wirklich ein sehr sehr großer faktor warum so viele menschen da draußen überhaupt nicht an sich glauben warum so viele menschen da draußen in diesem nine to five hamsterrad gefangen sind und einfach nicht ausbrechen können weil sie von klein an schon das ganze so beigebracht bekommen als gäbe es gar keine alternative als gäbe es überhaupt kein unternehmertum als gäbe es überhaupt keine selbstständigkeit und als wäre diese ganze blase reichtum nur für ganz bestimmte leute vorbestimmt so wird das ganze in der schule suggeriert zum einen gibt es die noten du wirst nach getaner leistung in der schule von jemand anderes der mit deiner leistung überhaupt nichts zu tun hat bewertet du wirst bewertet und dieserjenige sagte dann ob du gut oder schlecht bist ob du in dem bereich gut oder schlecht ist basierend auf der leistung die du in einem test gebracht hast wenn du diesen testen 6 schreibt beispielsweise mathe suggeriert der lehrer dir eventuell dass mathematik nichts für dich ist und du blendest dieses thema mathematik für den rest eines lebens aus weil du doch gemerkt hast der lehrer hat schon in jungen jahren gesagt dass mathematik nichts für dich ist nur weil du den satz des pythagoras nicht ganz verstanden hast beim ersten mal denn wer interessiert sich überhaupt schon für vektoren in der mathematik der nicht gerade genau das studieren will ja es werden also dinge gelernt die dich überhaupt gar nicht interessieren eventuell die du aber lernen musst und du wirst dann auch noch dafür bewertet egal ob du jetzt in diesem themengebiet talentiert bist oder ob du dich überhaupt dafür interessiert du wirst von einem unabhängigen lehrer dafür bewertet was du in diesem test leistet und diese bewertung ist dann ausschlaggebend langfristig welchen job du bekommen kannst weil dann im nachhinein diese noten die du dann von dem lehrer bekommst angeschaut werden und die leute sagen dann in mathe bist du wohl nicht so gut obwohl du einfach nur themen gemacht hast die für dich überhaupt gar nicht interessant waren die vielleicht für den beruf in den du später gehen willst überhaupt gar nicht relevant waren das ist einfach komplett lächerlich das thema noten so wie es ist ist nicht gut ist nicht fair ist nicht sinnvoll einfach man sollte noten eventuell schon haben aber ganz anders als es jetzt der fall ist definitiv ich habe da jetzt im moment auch kein verbesserungsvorschlag ich möchte damit nur sagen dass das thema an sich problematisch ist dann gibt es natürlich methoden in der schule die einfach nicht dafür gut sind dass du langfristig dein eigenes mindset aufbaus selbstständig wirst unternehmer wirst du musst dich beispielsweise in der schule melden zu einem thema um deine meinung überhaupt zu sagen du musst also erstmal die erlaubnis vom lehrer bekommen um überhaupt zu sprechen um überhaupt deine meinung einzubringen das suggeriert ja direkt in deinem kopf das projiziert ja in deinem kopf direkt die haltung okay der lehrer ist mir übergeordnet und ich muss mich dem lehrer unterordnen und nur sobald der lehrer mir die erlaubnis gibt zu sprechen darf ich auch wirklich sprechen natürlich ist es logisch dass der lehrer die übergeordnet ist aber dieses verhältnis stimmt einfach nicht du fühlst sich direkt wie ein arbeitnehmer in zukunft sich fühlen wird der chef sagt so und so muss das machen und so und so wird es dann auch gemacht weil der chef sagt ja dass das so gemacht werden muss und du bekommst das ganze schon im frühen alter in der schule so beigebracht auch sehr sehr problematisch es gibt natürlich auch noch andere methoden die da relativ problematisch sind aber ich möchte das video ja kurz und kompakt halten so dass viele informationen möglichst wenig zeit rübergebracht werden können der letzte punkt den habe ich auch schon im ersten punkt angeschnitten ist der punkt fächer ja ganz klar wie bereits gesagt wer interessiert sich für vektoren mathematik oder wer interessiert sich für gedichtanalyse in deutsch ja leute die lyriker werden wollen ja die interessieren sich dafür und die lernen das ganze freiwillig dann aber wenn du gezwungen wirst gedichtanalysen zu machen oder vektoren zu berechnen der mathematik dann ist das ganze finde ich überhaupt nicht sinnvoll es gibt wie gesagt ein basis wissen was jeder mensch haben sollte grundrechen kenntnisse in mathematik sprachen geografie das sind relativ wichtige dinge in meinen augen sport gehört eventuell auch noch dazu aber diese ganzen details in den einzelnen fächer die könnte man echt weglassen oder diese ganze geschichte von jengis khan und wasser war das interessiert doch kein menschen viel wichtiger ist doch wie es in zukunft weitergeht wie man sich auf die zukunft vorbereitet wie man steuern macht wie man mit geld umgeht oder auch andere wichtige sachen die die zukunft betreffen was eventuell sich auf der erde verändern wird wie man damit umgehen sollte ganz wichtige sachen gibt es da draußen die man lehren könnte die allerdings nicht gelehrt werden denn man hält immer noch an diesem gleichen schulsystem von vor über 100 jahren fest wenn man sich beispielsweise mal das erste telefon anschaut was gebaut worden ist oder das erste auto das jemals gebaut worden ist und sich dann die autos und die telefone von heute anschaut dann sieht man massive unterschiede massive unterschiede wenn man sich allerdings eine schule von vor 100 jahren anguckt und sich dann eine schule von heute anguckt dann ist eigentlich überhaupt gar kein unterschied natürlich wenn die kinder nicht mehr geschlagen ja und es ist vielleicht auch ein bisschen fairer das ganze schulsystem allerdings hatte ich da grundsätzlich nicht viel getan und das ist für mich persönlich schockierend also ganz klar der nächste punkt in dem das system sich davon abhält erfolgreich zu werden als unternehmer als selbstständiger oder was auch immer ist der punkt umgang mit geld umgang mit geld wird nirgendwo gelehrt und man sieht es auch zum beispiel immer wieder wenn leute bei werbe millionär gewinnen oder bei anderen lotterie gewinnen irgendwie eine millionen gewinnen fünf millionen gewinnen zehn millionen gewinnen die leute verprassen das geld weil sie nie gelernt haben wie man mit geld richtig umgeht weil es ihnen niemand beigebracht hat weil niemand dir gesagt hat dass du überhaupt jemals so viel geld haben wirst dass überhaupt so viel geld haben kannst also hat dir das auch niemand beigebracht weil die leute dich dazu bringen wollen einfach stumpf wie maschinen 925 zu arbeiten deinen dienst abzurichten dann die konsumgüter reinzuziehen apple produkte netflix reinzuziehen spotify und eigentlich nur den ganzen tag zu entspannen dazu wurdest du ausgebildet in der schule in klammern ausgebildet und der umgang mit geld wurde dir nie gelernt das sieht man ja immer wieder wie bereits gesagt lottogewinner verlieren schnellstmöglich ihr ganzes geld weil sie nie gelernt haben wie man mit geld überhaupt richtig umgeht der nächste punkt auch sehr sehr wichtig ist das mindset auch auf der schule basierend aber allgemein im leben niemand kommt zu dir und sagt okay du kannst eigentlich millionär werden du wohnst in deutschland geht's gut du bist gesund kommst aus einem ganz normalen elternhaus du hast das internet du hast alle möglichkeiten der welt eine million zu verdienen was ist das problem also worauf wartest du sowas sagt niemand zu dir niemand sagt das zu dir ja du hast also überhaupt gar keine chance auf dieses mindset wenn du familiär bedingt nicht gerade diese vorteile hast da ist sein vater irgendwie selbst unternehmer ist oder eine mutter und da gewisse vorteile daraus ziehen kannst wenn du also aus einer ganz normalen arbeiterfamilie kommst dann ganz normal in die schule gehst oder eventuell noch studierst dann wirst du dieses mindset nicht von irgendwoher bekommen dass du die chance überhaupt sie ist erfolgreich zu werden ein erfolgreicher unternehmer zu werden du siehst das immer nur so als dinge und möglichkeit du siehst dann nur noch dieses stars wie sie leben in magazinen oder ein fernsehprogramm fernseh stimmt hoffentlich sowieso bald aus aber du siehst immer nur dieses stars und denkst selbst nicht dass du jemals einer dieser stars sein könntest wobei du jetzt sofort die möglichkeit hast ein video auf youtube hochzuladen ein video auf irgendwelchen anderen plattformen hochzuladen deine eigene website zu starten einen eigenen podcast zu starten oder einen blog zu starten du hast jetzt die möglichkeit content raus zu haben einen namen für dich selbst aufzubauen eine persönliche brand aufzubauen deinen namen groß zu machen du hast jetzt sofort die chance das zu machen aber niemand sagt dir das du glaubst nicht an dich selbst das ist das größte problem und du glaubst natürlich nicht an dich selbst weil dir das auch so suggeriert worden ist dass du gar nicht an dich selbst glauben kannst du bekommst es ja von grund auf so eingetrichtert du bist ein arbeitnehmer du musst um acht uhr aufstehen dann zur schule gehen muss dich melden brav melden und fragen dass du überhaupt irgendwas sagen darf dann musst du bestimmte themen absolvieren die dich überhaupt nicht interessieren dann wirst du bewertet später im job wirst du wieder bewertet dann wirst du rumkommandiert du hast nie das mindset bekommen unternehmer zu sein und der letzte punkt der dich davon abhält in dieser kategorie erfolgreicher unternehmer zu werden sind die ämter so viele talentierte menschen da draußen und das finde ich wirklich sehr schade das macht mich sehr traurig wenn ich darüber nachdenke es gibt so viele talentierte musiker programmierer designer es gibt so viele leute die haben unglaubliche talente die schaffen es allerdings nicht unternehmer zu werden weil diese ganze bürokratie in deutschland immer wieder den leuten steine in den weg legt das finanzamt ist so kompliziert diese ganzen ämter gewerbe am finanzamt ihk man muss sich ja überall anmelden man muss dann alle 20 tage alle 30 tage irgendwelche schriftlichen formulare abgeben dann braucht man irgendwelche termine dann hat man mal die und die zahlung nicht gab dann kriegt man strafzahlungen man kriegt immer nur steine in den weg gelegt immer wieder wenn man sich wirklich damit nicht intensiv beschäftigt oder sich leute ran holt die relativ teuer sind die sich damit intensiv beschäftigen dann hat man da überhaupt keine chance ja es ist ganz wichtig sich damit zu beschäftigen wenn man selbstständig werden will wenn man erfolgreicher unternehmer werden will aber deutschland macht es dir wirklich nicht leicht das ist ein sehr großer nachteil der dir in den weg gelegt wird auf dem erfolg auf dem weg zum erfolg die einzige chance die einzige chance die die menschen heutzutage haben und die sehr neu ist das hatte niemand vor dir das hatte nicht eine mutter das hatte nicht eine uroma das hatte nicht eine oma das hatte keine generation vor dir niemand vor dir hatte jemals die chance das internet zu nutzen das internet ist deine große chance das internet solange das jetzt noch so ist wie es ist und ich hoffe das bleibt auch so wie es ist aber wenn man sich mal artikel 13 anschaut und diese ganzen formulare und anträge die gestellt werden um möglichst die meinungsfreiheit einzuschränken um das internet einzuschränken immer wieder sieht man das video wurde gelöscht das video wurde blockiert das wurde 18 gestellt man kann überhaupt ja gar nichts mehr schauen es wird immer weniger aber noch hast du die chance die alles im internet kostenlos reinzuziehen du kannst du youtube videos wie beispielsweise die von mir reinziehen oder von anderen leuten die unternehmerisch aktiv sind auch von leuten die sehr erfolgreich sind oder die mindset predigen oder die dir helfen motivation aufzubauen die dir zeigen schritt für schritt wie du das ganze umsetzen kannst du hast jetzt die chance die bücher online als hörbücher reinzuziehen du hast die chance alles nachzulesen du kannst zum beispiel über photoshop alles im internet lernen du kannst die seien von grund auf von null auf lernen ohne 1 euro zu investieren also abgesehen von dem programm wenn du das programm hast ja es gibt auf jeden fall unzählige möglichkeiten im internet ein mindset aufzubauen alles über die ämter zu lernen oder den umgang mit geld zu lernen es gibt so viele videos podcasts bücher ebooks seminare webinare was auch immer die man buchen kann die man sich kostenlos anschauen kann über die man lesen kann also es gibt so viel content im internet den du kostenlos sehen kannst der die chance bietet dein leben in die hand zu nehmen dein leben zu einem erfolgreichen leben zu machen und nicht dein leben lang für irgendjemand zu arbeiten für den du gar keine lust hast zu arbeiten das war es heute mit meinem video ich hoffe es hat dir gefallen wenn ja dann lass mir ein like und abo da und wenn nichts sehen wir uns morgen wieder haut rein